Was ist die Qualitätsentwicklung? Feedback und Technik. Neben Hintergründen zum Thema finden Sie in den Videos viele Beispiele und praktische Tipps, wie Sie Qualitäten Ihrer Online-Veranstaltung entwickeln. Viel Spaß dabei! Technik, Ausstattung und Fallstricke. Ganz am Ende des Kriterienkatalogs steht die Technik, denn sie ist die wesentliche Grundlage für alle anderen Tipps und Hinweise. Zuallererst ist dabei natürlich die WLAN-Verbindung zu nennen. Verbindungsabbrüche oder Ladezeiten führen sehr schnell zur Demotivation der Teilnehmer. Eine DSL-Mbit-Leitung ist bei der meisten Webinar-Software Grundlage für eine gute Übertragung von Bild und Ton. Achten Sie darauf, dass während Ihrer Webinare keine zusätzliche Last auf Ihrem Heimnetz liegt und wählen Sie den Standort Ihres Computers, Laptops oder Tablets nach dem Empfang. Ausgefallene Webinare können mittels mobiler Datennetze heutzutage auch an ausgefallenen Orten stattfinden, wenn Sie Ihr Webinar auf einem mobilen Endgerät wie Tablet oder Smartphone halten. Mit einem Smartphone und einer mobilen Datenflatrate können Sie Veranstaltungen sogar als Exkursion gestalten, zum Beispiel in einem Schwimmbad, einer Sporthalle, Museum und in einer entspannten Atmosphäre auf dem Sofa. Wenn Bild und Ton angemessen übertragen werden, ist nichts dagegen einzuwenden. Die gebräuchlichste Art, Webinare zu gestalten, ist aber sicherlich das Webinar am PC, iMac oder Laptop. Die technischen Voraussetzungen dafür sind von der Software, die Sie benutzen, abhängig. Die meisten Anbieter von Videokonferenz-Software oder Webinar-Software arbeiten browserbasiert am Desktop-Computer und appbasiert auf mobilen Endgeräten. Schauen Sie hier in den Anforderungen Ihres Webinar-Anbieters, ob Ihr PC oder Tablet grundsätzlich für die gewünschte Software geeignet ist. Achten Sie auch auf die datenschutzrechtlichen Anforderungen Ihrer Institution. Zu den bekanntesten Software-Lösungen im Bereich Online-Veranstaltungen zählen BigBlueButton, EduDIP, Jitsi, Cisco Webex, Zoom, Bliss oder Adobe Connect. Mit kleineren Gruppen werden aber auch Google Hangouts oder Apple FaceTime-Verbindungen genutzt. Twitch oder YouTube sind Formate, die große Videoblogger, sogenannte Influencer nutzen, um ihre Sendungen live ins Internet zu streamen. Bei der Wahl eines Standorts sollten Sie aber nicht nur auf die technische Seite achten, sondern auch darauf, nicht durch Geräuschquellen oder andere Störquellen gestört zu werden. Das Fenster und die Tür im Arbeitszimmer sollten Sie schließen. Außerdem sollten Sie darauf achten, mit Ihrer Webcam gut zu erkennen zu sein. Der Blick auf das ungemachte Bett im Hintergrund oder in das überblendete Fenster nach draußen ist weniger angenehm als auf eine Buchwand oder noch besser einen schlichten, einfarbigen Hintergrund. Sie können auch zugezogene Vorhänge oder Jalousien als Hintergrund verwenden. Profis verwenden Stativmaterialien oder Green Screens, die bereits für weniger als 100 Euro zu erwerben sind. Planen Sie in jedem Fall Ihren Hintergrund mit einer ansprechenden Atmosphäre und versuchen, sie Störquellen zu vermeiden. Einige Webinare nutzen in Anlehnung an Influencer Tafeln und Bilder im Hintergrund. Der Teilnehmer des Tages auf einer Tafel im Hintergrund oder ein QR-Code-Plakat neben dem Video sind nur zwei Beispiele für einen genutzten Hintergrund. Bild und Ton tragen nach der grundsätzlichen Übertragungsqualität einen wesentlichen Beitrag zur Professionalität Ihres Angebots bei. Sind Sie stark verpixelt, schlecht ausgeleuchtet oder nur schwer und leise zu hören, leidet die Qualität Ihres Webinars stark. Ortet man die audiovisuellen Quellen, kommt dem Ton dabei eine wesentlichere Rolle als dem Bild zu. Viele Webinaranbieter verzichten auf ein eigenes Video, geben dafür aber ein Bild von Ihrem Bildschirm frei. Eine reine Vermittlung via Ton ist wenig motivierend, schlechter Ton noch weniger. Setzen Sie daher auf eine gute Tonqualität mit einem angemessenwertigen Headset oder Mikrofon. Von internen Mikrofonen ist in den meisten Fällen abzuraten, weil Sie zu viele Nebengeräusche zulassen. Headsets haben den Vorteil, dass Sie die Audiobeiträge Ihrer Teilnehmer direkt auf den Ohren hören. Eine Doppelung durch Ihr eigenes Mikrofon wird auch reduziert. Ein Bluetooth-Headset bietet Ihnen mehr Bewegungsfreiheit. Daneben gibt es auch gute Beispiele für reine Mikrofonlösungen. Mikrofone aus dem Podcast-Bereich, zum Beispiel das Yeti Blue, bieten für einen moderaten Preis eine sehr gute Qualität. In jedem Fall sollten Sie Ihr Mikrofon vor jedem Webinar testen und Ihre Teilnehmer zu Beginn einer Veranstaltung nach der Tonqualität befragen. Viele Webinare beginnen mit dem Satz, können Sie mich gut verstehen? Schreiben Sie mir eine Antwort in den Chat. Eine gute Ausleuchtung ist der nächste Schritt zu mehr Professionalität in Ihren Videoübertragungen. Diesen Punkt können Sie mit Ihrer Beleuchtung vor Ort direkt optimieren. Mit ein wenig Aufwand erreichen Sie mit zwei Scheinwerfern aus dem Film- und Fotobedarf, Preis etwa 100 Euro, ein sehr schönes Ergebnis. Professionelle Influencer setzen inzwischen verstärkt auf Ringleuchten, in die Sie Webcam, Kameras oder Handys einbauen. Auch diese Scheinwerfer sind für ca. 100 Euro zu erwerben und geben Ihrem Webinar einen sehr professionellen Anstrich. Angesprochen wurde darüber hinaus auch der Greenscreen oder Bluescreen im Hintergrund. Aktuelle Video-Chat-Software setzt inzwischen auch immer mehr darauf, Hintergründe mit anderen Bildern oder Filtern zu überdecken. Neben Ihrer Webcam können Sie auch weitere Kameras für Ihre Veranstaltung nutzen und so z.B. Sportübungen, Kochrezepte, Experimente, Basteleien oder andere Handlungen aus Ihrem Umfeld übertragen oder den Teilnehmern Ihres Webinars z.B. Software auf Ihrem Tablet zeigen. Dies geht zunächst über die Auswahl Ihrer Webcam in der Webinar-Software. Haben Sie weitere Webcam oder Kameras mit einem Kabel an Ihren Rechner angeschlossen, wechseln Sie hier Ihre Kamera. Sie können aber noch einfacher mit multiplen Endgeräten mehrere Aufnahmen zusammenschalten. Sie benötigen dazu Handys, Tablets und ein Programm, mit dem Sie auf Ihrem PC oder iMac ein AirPlay, Chromecast oder ähnliches Netz darstellen können. Dies können Programme wie das bereits erwähnte X-Mirage oder MyPhone Explorer leisten. Wenn Sie nun Ihr Tablet oder Smartphone mit dem PC verbinden und die Kamera-App starten, wird Ihr Kamerabild auf dem Bildschirm des PCs wiedergegeben. Wenn Sie den Bildschirm den Teilnehmern freigeben, sehen Sie Ihre Kameraaufnahme, auf der Sie live Experimente zeigen, Bastelschritte durchgehen oder Buchseiten aufschlagen. Die Technik, speziell die Software, die Sie für Ihr Webinar verwenden, sollten Sie vor Ihrem ersten Webinar gut kennengelernt und ausprobiert haben. Verabreden Sie mit einem versierten Kollegen vorab eine Übung oder schauen Sie bei anderen Webinaren mal rein. Holen Sie sich auch für Ihre ersten Webinare immer wieder Hilfe. Die Telefonnummer des technischen Administrators sollten Sie notiert haben. Ein Plan B in der Tasche für den Fall, dass das Mikro ausfällt, das WLAN abbricht oder der PC wegen einem Update heruntergefahren wird, ist auch nach vielen Jahren der Webinar-Erfahrung immer besonders wichtig. Bleiben Sie aber vor allem entspannt und lassen Sie sich bei den besten Vorausplanungen eins gesagt sein. Es passieren immer wieder die wunderlichsten Fehler. Das war der fünfte und letzte Teil unserer Videoreihe zum Thema Technik. Achten Sie auf gute Technik. Im Zweifel hilft immer ein Plan B oder jemand im Hintergrund, der bei technischen Problemen hilft. Bei alledem werden trotzdem Fehler auftreten. Also bleiben Sie entspannt. Am Ende dieses Videos fassen wir jetzt noch einmal alle Themen kurz zusammen. Viel Spaß! Schluss! Mit dieser Menge an Praxistipps, Hinweisen und Checklisten wird sich die Qualität Ihrer Online-Veranstaltungen sicher verändern. Wir fassen hier noch einmal kurz zusammen. Struktur. Geben Sie Ihren Webinaren mit einer genauen Planung eine klare Struktur. Vor allem der Beginn und das Ende der Webinare sind wichtig. Transparenz. Machen Sie Ihre Ziele transparent und achten Sie darauf, dass die Ziele erreicht werden. Methoden. Nutzen Sie Arbeitsaufträge und Methodenwerkzeuge, um Ihre Teilnehmer zu aktivieren. Feedback. Hören Sie auf Ihre Teilnehmer, holen Sie Rückmeldungen ein und geben Sie Ihren Teilnehmern Rückmeldungen. Ermöglichen Sie Partizipation. Technik. Nutzen Sie die bestmögliche Technik. Guter Ton und Bild sind für einen professionellen Eindruck genauso wichtig wie der Empfang. Damit lässt sich auf den Punkt bringen, dass Online-Veranstaltungen gut geplant sind, sich an Zielen und Kriterien orientieren, abwechslungsreiche, aktive Methoden nutzen, Ihre Teilnehmer mit einbeziehen und dafür die beste Technik nutzen, die zur Verfügung steht. Wer um seine Qualitäten weiß und bereit ist, sie zu entwickeln, wird damit auch besser werden. Die Menge an Hinweisen, die bis hierhin gegeben wurden, soll keinesfalls abschrecken. In den Kapiteln wurden viele kleine und große Schritte beschrieben. Für den Anfang reichen schon die kleinen Tipps und Kniffe aus. Online-Veranstaltungen sind nicht anders als Präsenzveranstaltungen. Ein Unterricht immer wieder neu auszuprobieren, etablierte Methoden und Strukturen zu übernehmen und kleine Teile immer wieder anzupassen, soll Spaß machen. Ein guter Tipp, um Hemmungen am Anfang einfach abzulegen, ist die Gestaltung von Webinaren als Team-Teaching. Gemeinsam wirkt der Aufwand nicht so hoch, Fehler, die auftreten, werden nicht so dramatisch und der Spaß ist noch größer. Am Ende dieses Beitrags wird sicher das ein oder andere interessante Thema für Ihre Online-Veranstaltung dabei gewesen sein. In jedem Fall dürfte der Beitrag zum Planen und Mitdenken angeregt haben und aufgezeigt haben, wie viel online möglich ist. Mischwald ist besser als Monokultur. Das ist ein berühmtes Zitat des Pädagogen Hilbert Mayer. Achten Sie in diesem Sinne darauf, immer wieder mit neuen Ideen, Tipps und mit anderen zusammen an Ihren Online-Veranstaltungen zu arbeiten. Versuchen Sie aber nicht, alle Kriterien gleichzeitig umzusetzen oder Dinge, die Sie gut können, durch neue Tools und Methoden zu ersetzen. Wenn Sie sich in jedem Webinar einen Schwerpunkt, eine kleine Änderung, eine Neuerung überlegen und etablierte Strukturen und Formate dabei weiter ausbauen, sind Sie auf dem besten Weg. Ob Sie sich als Fahranfänger fühlen oder sich schon zu den Fahrprofis zählen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie mit Grundlage dieser Tipps und Hinweise zur Qualitätsentwicklung von Online-Veranstaltungen nun alleine selbst weiter üben können, unfallfrei zu bleiben und dabei ein gutes Gefühl auf der Straße zu haben. Vielen Dank! Vielen Dank!